Wir müssen heute über den neuen Dacia Sandero reden. Seines Zeichens ja günstigster Neuwagen Deutschlands. Und das ist er auch in der neuen Version. Inzwischen fängt er bei 8.490 Euro an, kostet also ein bisschen mehr als vorher, ist aber immer noch wahnsinnig günstig für einen vollwertigen Neuwagen. Da stellen sich gleich mal zwei Fragen. Zum einen ist er das berühmte Mehr-Auto-brauch-kein-Mensch-Vehikel. Und zweitens, wie produziert man eigentlich Deutschlands günstigsten Neuwagen? Und ich weiß, dass ich jetzt noch zwei weitere Fragen stellen. Denn zum einen, das ist aber kein Basis-Sandero. Ne, wir haben uns ein bisschen Luxus rausgelassen. Wir haben uns den Dacia Sandero Stepway als Testwagen geholt. Der kostet ein paar Euro mehr, ein bisschen mehr als 13.000 Euro. Ein bisschen Luxus wollen wir ja auch haben. Trotzdem können wir natürlich vieles auf dem Basis-Sandero beziehen, aber da werde ich einen Haufen drüber erzählen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und die zweite Frage ist, meint ihr das ernst, dass ihr den Sandero direkt neben einen Bentley stellt? Ja, das meinen wir ernst. Wir wollen damit nicht provozieren, aber es soll ja kein Statussymbol sein. Und die interessante Botschaft ist ja, dass ein kompletter Radsatz für diesen Bentley hier rund 9.000 Euro kostet und damit mehr als ein kompletter Basis-Sandero. Und was habe ich noch vergessen? Euch zu sagen, dass das ganze richtig gut wird. So, bevor ich jetzt tief in die technischen Eingeweide des Sandero einsteige, möchte ich ganz gerne über eine Sache reden, die ich immer wieder höre. Und zwar, unsere Autos sind viel zu teuer geworden. Früher waren die viel günstiger, hatten wir viel mehr Auto fürs Geld bekommen. Ist es so? Ich sage mal ganz provokativ, nein. Denn, ich nehme als Beispiel mal meinen Studenten Fiesta. Den habe ich mir damals neu gekauft. Dieses Auto hatte einen Dieselmotor damals und ansonsten quasi gar nichts. Ich habe mir als extra eine Metallic Lackierung geleistet. Blau Metallic, weil Blau meine Lieblingsfarbe ist. Und das war es. Ansonsten war da gar nichts drin. Da war kein ABS drin. Da war kein Radio drin. Sitz heißt es. Nein, natürlich nicht. Da war überhaupt nichts. Ich habe mir später noch ein Teil des Armaturenbretts unten nachgekauft, damit das nicht so leer aussieht. Weil das gab es nicht. Was hat das Ding gekostet? Rund 20.000 DM. Also nichts drin. So, was kriege ich heute für 20.000 DM? Oder besser gesagt, wir können es ja nochmal in Euro umrechnen. Vergessen die Inflation komplett. Die hat einfach nicht stattgefunden. Und dann stellen wir fest, dann kriege ich einen Dacia Sandero, Basisausstattung und vielleicht noch gar noch die bessere Ausstattung. Und da ist mindestens schon mal ABS und ähnliches drin. Also ein Auto, für das man damals wahrscheinlich locker, wenn es es überhaupt gab, gab ja die Ausstattung gar nicht, 30.000 DM und mehr gekostet hätte. Das heißt, unsere Autos sind nicht teurer geworden. Unsere Ansprüche sind höher geworden. Und der Sandero ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sich die Frage stellen kann, ob unsere Ansprüche nicht vielleicht zu hoch geworden sind und um sowas nicht vielleicht ausreicht. Aber da komme ich ja noch dazu. Und jetzt ist da natürlich die ganz große Frage, wie produziert man einen so günstigen Neuwagen? Und diese Frage, die stellt man sich sicherlich auch in Wolfsburg. Aber wir wollen ja bei Dacia reden. Da muss man an verschiedensten Stellschrauben drehen und eine ganz wichtige oder vor allem die Stellschraube ist Produktionskosten. Und es gibt zwei große Produktionsstandorte, wo Dacia produziert. Das ist in Rumänien und in Marokko. Und je nachdem, was ich von der Dacia-Variante habe, ist das Auto entweder dort oder eben woanders produziert. Und wenn wir jetzt gerade den Stepway nehmen, dann kommt er aus Rumänien. Die meisten Dacias kommen aber aus Marokko. Da gibt es in Tanger zum Beispiel, bitte verzeiht mir die Aussprache, mein Französisch ist katastrophal. Dort kommen die meisten Dacias her und es ist ein top modernes Werk, sagen die Renault-Verantwortlichen. Aber wir müssen uns natürlich die Lohnkosten anschauen und da wird es heftig. Denn ein marokkanischer Arbeiter verdient im Schnitt pro Jahr so viel wie ein Deutscher pro Monat im Schnitt verdient. Und ein rumänischer Arbeiter verdient im Schnitt pro Jahr so viel wie ein Deutscher im Vierteljahr verdient. Das heißt, der Lohnkostenunterschied ist dramatisch. Das allein ist es aber noch nicht, weil es gibt ja auch andere Hersteller, die in günstigen Ländern produzieren und da trotzdem ziemlich teure Autos raushauen. Ein anderer Punkt ist Auslastung der Werke. Die muss wirklich gut sein. Wenn ich ein Werk habe, das nur mit 50 Prozent Auslastung läuft, dann habe ich halt die Hälfte der Zeit eine ziemlich miserable Quote und Effizienz und das kostet sehr sehr viel Geld. Und Renault sagt, wir haben eine Auslastung von den Werken, vor allem in Tanger, von über 90 Prozent. Das heißt, die sind verlassen. Da wird die ganze Zeit ein Auto nach dem anderen rausgeschoben. Ich kann es jetzt nicht überprüfen. Ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir über Auslastung reden, dann reden wir natürlich auch über Stückzahlen. Nächster wichtiger Punkt. Ich muss große Stückzahlen von einem Auto machen. Gut, das macht VW jetzt auch. Also vom Golf gibt es auch große Stückzahlen. Aber trotzdem, ich kann mal die Zahlen hier zum Dacia Sandero nennen. Rund zwei Millionen Autos sind bisher davon verkauft worden. Die meistverkaufte Variante ist hier der Stepway mit 65 Prozent. Und da reden wir über ungefähr 1,3 Millionen Autos. Da reden wir also über Skaleneffekte. Und wenn jetzt einer sagt, das ist ja schon viel, das reicht nicht. Das ist überhaupt nicht genug in der Automobilproduktion. Ich brauche noch viel, viel größere Skaleneffekte. Und deswegen wird ja im Renault-Konzern da über NISS, also Renault-Nissan-Konzern muss man ja sagen, wird da über die Nissan-Varianten geredet, über die Renault-Varianten und über die Dacia-Varianten. Und viele Sachen, zum Beispiel ein Motor, der unglaublich teuer ist in der Entwicklung, auch wenn es ein kleiner Motor ist. Da reicht es nicht, ihn bloß in einem Modell oder in zwei anzubieten, sondern da muss konzernweit angeboten werden. Das macht Renault. Machen auch andere, aber sie machen es anscheinend besonders clever. Okay, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Dann muss man noch über die Vertriebskanäle reden. Bei den Sanderos oder prinzipiell bei Dacia fällt auf, die werden wenig an Gewerbekunden ausgeliefert. Also ein typischer Dienstwagen ist jetzt nicht unbedingt ein Sandero, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Und da muss die Kalkulation anders laufen. Denn wenn ein großer Konzern gewerblich Autos einkauft oder leased oder jetzt Dienstwagen holt, dann wollen die meisten mächtige Rabatte. Und das wird oftmals in der Kalkulation vorher schon vorgesehen, sodass, wenn diese Rabatte abgehen, man trotzdem noch was am Auto verdient. Das muss Renault, Dacia, wie auch immer, nicht tun. Denn das ist nicht vorgesehen. Das Auto wird zu über 80 Prozent an Privatkunden verkauft. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Privatkunden reden. Es gibt einen Basis Sandero für 8.490 Euro. Ja, der Punkt ist nur, den kauft kaum einer. Sondern die kaufen alle die besseren Ausstattungsvarianten. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass Dacia an dem Basis Sandero quasi kaum Geld verdient. Das ist natürlich auch ein bisschen marketingmäßig. Man haut diesen Preis raus und weiß, viel verdient wird nicht dran. Die freuen sich über jede höhere Ausstattungsvariante. Und sie machen es ja auch clever. Da kommen wir ja noch dazu, wie sie das mit den Ausstattungsvarianten machen. Und die Leute kaufen höhere Ausstattungsvarianten. Und an denen wird dann das Geld verdient. Habe ich jetzt alles erwähnt? Nee, da fehlt noch ein ganz wichtiger Punkt. Pragmatismus. Das Auto so zu bauen, wie es eben ausreicht für die Bedürfnisse und nicht noch einen draufzusetzen. Was zwar ein bisschen mehr Luxus bringt, aber nicht unbedingt einen Nutzen. Und da schauen wir uns mal zwei, drei Punkte an dem Auto an, wo man das ziemlich deutlich sieht. Das funktioniert genauso gut wie woanders, ist aber günstiger. Und das machen wir jetzt mal. Der Tankdeckel zum Beispiel, der ist nicht in die Zentralverriegelung integriert, sondern ich muss hier nochmal den inneren Tankdeckel mit dem Schlüssel auf und zu machen. Schadet jetzt nicht. Ist ein bisschen mehr Aufwand. Sehr pragmatisch. Oder Türgriffe. Nicht lackiert. Schadet das was? Nö, ist sogar ganz praktisch. Wenn ich sie irgendwo dagegen haue, wird es auch nicht so teuer. Sieht nicht so verschrammelt aus. Oder hier, Außenspiegelverstellung. Einige werden sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern. Es gibt noch mechanische Außenspiegelverstellungen. Die laufen nicht elektrisch. Auch bei Dacia gibt es eine elektrische. Aber grundsätzlich ist die hier erst mal mechanisch. Oder dann gucken wir hier rein. Dann sehen wir den Griff da drin. Normalerweise sind die Griffe oben eine Jesus-Bar, wie man das nennt, weil man immer drangreift und sagt Jesus, wenn es gefährlich wird. Sind die ja so klappbar und gedämpft und pipapo. Und hier bei Dacia ist es einfach ein Griff. Tut er das, was er tun muss? Ja, er tut es. Er hält einen fest. So, und dann gucken wir noch unter die Motorhaube. Da gibt es nämlich eine Sache, die finde ich sehr sympathisch. Vielleicht ernst der ein oder andere schon. Ab und zu motze ich ja mal drüber. Das ist die Plastikverkleidung. Hier, über dem Motor drüber. Die fehlt hier einfach. Können wir ruhig wieder zumachen, weil es gibt sowieso nicht viel zu sehen bei diesem Dreizylinder. Den schauen wir uns auch noch mal genauer an. Und diese Plastikverkleidung, die kostet Geld. Und ansonsten ist sie da drin. Ich habe nichts davon. Und die spart sich Dacia einfach. Und da merkt man einfach an vielen Punkten, sie nehmen Dinge weg, die Geld kosten und die in der Praxis nicht viel bringen. Und damit kann ich natürlich zusammen mit den Produktionskosten, zusammen mit der ganzen Idee hinter Dacia eine Menge Geld sparen. Und dann gucken wir uns mal die Spaltmaße an. Ist immer ja wieder ein gern genommenes Ding. Und wenn wir zum Beispiel hier schauen und genau hinschauen, dann sehen wir, ja, da stimmt jetzt der Verlauf dieser Kante mit dieser Kante nicht genau überein. Aber da gibt es auch andere Hersteller, die viel mehr Geld für ihr Auto wollen, wo das auch nicht übereinstimmt. Insgesamt sind die Spalte, die Fugen hier etwas breiter ausgelegt. Aber wir können, wenn wir wollen auch mal da in die Klassikremise reingehen, können uns ein Lamborghini anschauen und dann werden wir feststellen, der hat sogar noch größere Fugen als der Dacia hier. So, dann gehen wir weiter nach vorne. Ist hier auch wieder Kunststoff. So, machen. Ist aber auch praktisch, wenn du irgendetwas dagegen rempelst. Und dann gehen wir mal an einen ganz neuralgischen Punkt. Das ist so eine sogenannte Nullfuge. Also wo wirklich die Bleche oder besser gesagt das Blech und Kunststoff hier direkt aufeinander prallen. Das ist wirklich schwer umzusetzen, dass das perfekt ist. Und das sieht man auch, es ist Dacia nicht ganz gelungen. Hier unten ist es ganz eng beieinander. Hier oben klafft es auseinander. Ja, das kann man besser ausführen. Mag sein. Aber ich habe auch schon viel teurere Autos erlebt, wo das auch nicht besser ausgesehen hat. Grundsätzlich sind die Fugen ja ein bisschen breiter ausgeführt. Wenn ich mir jetzt die Lackabschlüsse hier anschaue, dann sehe ich auch, dass da hinten sich so ein leichter Wulst bildet, wo also der Lack hinläuft. Der läuft ja immer hier in den Ecken zu der Ecke hin und häuft sich da so ein bisschen auf. Aber schadet das? Nö. Zur Form kann ich noch was sagen. Bei dem Auto hat sich Dacia nicht verkünstelt. Also man hat jetzt nicht mega harte Kanten oder sonst was reingeschlagen, weil das natürlich die Produktion verteuert. Also wenn ich jetzt gerade hier so eine Motorhaube mit mega scharfen Kanten bauen würde, dann ist das für das Presswerkzeug natürlich nicht einfach, da mit hoher Präzision tausende von Blechen immer wieder so daraus zu stanzen. Denn irgendwann leiert das auch aus. Und das Ganze ist auch ein bisschen einfacher zu machen, wenn man es ein bisschen runder gestaltet. Trotzdem, man sieht hier, so ein bisschen Form haben sie reingebracht. Sie haben sie halt nicht verkünstelt. Gehen wir ein bisschen weiter nach hinten. Sehr viel Kunststoff hier draußen. Ja, mag sein. Was mir aber positiv auffällt, dass in den meisten Fällen hier diese Übergangskanten, die ansonsten nerven, dass die schön ausgeführt sind. Ich nenne es mal den Tesla Aspekt, weil Tesla hat das ja oftmals bei den Autos leider verbockt, wo die eine Tür so saß, die andere so. Bei Dacia kriegen sie diesen Aspekt hier wirklich gut hin. Auch hier oben. Das stimmt genau. Kannst du hier schön weiterziehen. Ist wunderbar gemacht. Da hinten gibt es auch nichts zu meckern. Alles gut. Klar, das hier ist einfach ausgeführt. Definitiv. Also noch einfacher geht es kaum. Sie hätten ihn nicht lackieren können, den Tankdeckel. Dann wäre es noch einfacher gewesen. Was lustig ist, dass ich hier noch die Klammer habe, um hier theoretisch das Ganze abschließen zu können. Geht aber nicht. Ja, und jetzt können wir noch einen Blick von hinten drauf werfen. Und sieht man es? Ja, die Heckklappe ist nicht hundertprozentig symmetrisch eingebaut. Ich zeige es mal hier. Hier ist die Fuge sehr eng. Und hier kann ich den Kuli ein bisschen reinstecken, weil die Fuge ein bisschen weiter ist. Gut, aber auch das habe ich auch schon bei anderen Herstellern gesehen. Insgesamt für das Preisniveau dieses Autos finde ich die Verarbeitung völlig in Ordnung. Sie ist halt pragmatisch. Was natürlich für Fahrer und Passagiere noch wichtiger ist. Wie sieht es hier innen drin aus? Das ist ja das, was ich sehe. Und das ist einfach preisklassengemäß. Ja, das ist natürlich alles hier Hartkunststoff. Mag sein. Aber was erwarte ich denn? Ich kann ja nicht feinste Materialien für das Geld erwarten. Das ist alles gut abwaschbar. Wenn die Kinder mal ihre Schokoladenpfoten hier drauf pappen, dann kann man das später wieder schön abwaschen. Es sind keine Chromrähmchen vorhanden. Es ist nichts Verspieltes. Für mich ist da noch wichtiger, dass das alles sauber entgratet ist. Das ist in den meisten Fällen so hier nicht ganz. Da habe ich so ein bisschen einen schärferen Grad. Gerade da, wo ich hinfasse, also wo ich da mal hängen bleiben kann, da möchte ich das eigentlich haben. Und es wäre natürlich ganz schön, wenn, kann ja nicht so teuer sein, wenn in Zukunft sowas hier, so eine Armauflage, ein bisschen weicher gepolstert wird. Weil da legt man halt schon mal seinen Arm drauf und da merkt man schon, ob das Hartkunststoff ist oder nicht. Da oben merke ich es nicht. Nur wenn ich dran fasse. Und ich fasse da eigentlich selten dran. Ja, bling bling, sucht man hier auch vergebens. Chromrähmchen und ähnliches. Da hier, so ein bisschen wirkt das so. An den Verstellern habe ich so ein Mini-Plastik-Chromrähmchen. Auch das hier ist relativ einfach ausgeführt. Aber ach Gott, das Auto ist eben günstig. Und trotzdem finde ich, sieht er sehr manierlich hier aus. Also gerade bei dem neuen Sandero fällt mir auf, dass das ein aufgeräumtes, ruhiges, pragmatisches Design ist. Zur Verdienung kommen wir ja noch. Und wenn ich jetzt nicht an jede Ecke ranfasse, dann muss ich sagen, ja, nicht schlecht. Also gerade in dem Preisrahmen kann man machen. So, und jetzt darf ich endlich über Technik reden. Und es ist nicht so, als ob der Dacia nicht viel Technik drin hätte. Ich sage nur noch mal, wenn man vor 20 Jahren, vor 25 Jahren einem Ingenieur diesen Motor gezeigt hätte, da hätte der gestaunt und gesagt, wow, da sind aber coole Lösungen drin. Das ist technisch anspruchsvoll. Zu welchem Auto gehört er denn? Dann sagt man zu Deutschlands günstigsten Neuwagen. So, wir reden erst über den Motor. Es gibt einen einzigen Grundmotor für dieses Auto. Ist ein typischer Renault-Nissan-Konzernmotor. Wird also in vielen anderen Varianten auch noch verbaut. Ist ein Dreizylinder-Motor. Eins, zwei, drei Zylinder. Hat einen Liter Hubraum. Und ich werde jetzt ein paar Details des Motors besonders erwähnen. Ich sage es auch ganz ehrlich, ganz einfach deshalb, weil es von Renault Dacia dann ein wunderbares Video dazu gibt. Wunderbares Technik-Video dazu, wo man viele Details und Funktionen sieht. Und das hat mich total gefreut als Ingenieur. Und deswegen werde ich da ein paar Sachen auch ein bisschen ausführlicher erklären. Okay, es gibt drei Varianten. Es gibt den als 65 PS Variante. Reiner Sauger würde ich persönlich nicht empfehlen heutzutage, weil in den meisten Fällen verbraucht er nicht weniger. Und es ist doch ein Motor, der gerade wenn man jetzt voll beladen fährt, nicht so wahnsinnig viel Kraft entwickelt. Also es ist schon ein Verzichtsmotor, wenn es denn unbedingt sein muss. Ich würde persönlich mit der 90 PS Variante einsteigen. Der hat dann einen Turbolader drin. Der ist übrigens nicht so hoch verdichtet. 9,5 zu 1. Da gibt es inzwischen auch schon höher verdichtetere Turbolader. Da ist man da nicht so hoch gegangen. Wollte den Motor wahrscheinlich auch nicht so stressen. Die dritte Variante ist der TCE 100. 100 steht dabei für 100 PS. Das Entscheidende ist aber gar nicht mal die Leistung, sondern es ist ein LPG-Motor. Es gibt ja zwei Benzinmotoren und die stärkste Variante ist ein LPG-Motor. Bei Dacia-Fahrern sehr beliebt. Ist eine günstige Art und Weise von A nach B zu kommen, wobei man aufpassen muss, die steuerliche Förderung die läuft ja jetzt sukzessive aus. Trotzdem ist es immer noch günstig. Okay, diese LPG-Variante haben wir hier jetzt aber nicht drin. Die stößt übrigens auch noch ein paar Gramm weniger CO2 aus, sondern hier ist jetzt 90 PS Benzinmotor drin. Drei Zylinder habe ich schon erwähnt. Die sind schön eingepackt in einen Aluminium-Block. Übrigens, wer es nur wissen will, in einer sogenannten Open-Deck-Bauweise. Es gibt eine Close-Deck und eine Open-Deck-Bauweise des Blocks. Hier haben wir es mit einer Open-Deck zu tun. Da hinten sieht man schön den Turbolader-Trak. Der ist wahrscheinlich nicht sonderlich stark aufgeladen. Ich weiß jetzt nicht genau die Barzahl, aber wir haben es hier mit einem Liter Hubraum zu tun und 90 PS. Da holt man inzwischen aus dem Liter Hubraum bei hoch aufgeladenen Motoren schon noch ein bisschen mehr raus. Auf der anderen Seite ist es auch ein Indiz dafür, dass der Motor nicht so mega hoch belastet ist, vielleicht dann auch ein bisschen länger hält. Was ist hier passiert an dem Motor? Einige Sachen. Zum einen Alu-Block. Er ist leichter geworden insgesamt. Also sieben Prozent soll die Masse abgenommen haben. Renault hat an der Reibung gearbeitet. Renault-Dacia, ihr wisst, das ist ja alles eine Mesh-Burke, haben an der Reibung gearbeitet. Die wurde also auch nochmal gesenkt. Man hat prinzipiell die Verbrennung noch mal optimiert. Man hat die Kühlung verbessert und man hat auch so ein paar technische Details drin, die man erst mal von so einem günstigen Motor nicht erwarten würde. Er hat zum Beispiel eine variable Ventilverstellung. Der Dacia kann das. Da ist so eine kleine Hydraulik auf der Nockenwelle drauf. Man sieht das hier im Video auch sehr, sehr schön, wie die sich verstellt und wie die damit das Timing, wann das Einlassventil öffnet und schließt. Das ist ja zwangsaneinander gebunden. Das ist ganz wichtig. Nicht der Zeitraum wird verändert, sondern nur der Zeitpunkt. Der kann angepasst werden. Und das ist halt die Mindestausstattung. Heutzutage gibt es auch schon Motoren, die können Einlassventil und Auslassventil variabel steuern. Die können sogar den Hub steuern und die können auch noch die Breite der Öffnung bestimmen. Aber es ist zumindest schon mal so, dass der Dacia das beherrscht. So, genug vom Motor. Ich könnte natürlich noch viel mehr darüber erzählen, aber wir werden einfach noch ein paar Ploch erklären zum Thema Motor und Motortechnik allgemein machen. Jetzt fahren wir das Ding nach oben und gucken in die Unterwäsche. So, schön. Was ist noch besser als ein stehendes Auto? Ein hochgebocktes Auto. Sehr, sehr schön. Jetzt gucken wir hier mal drunter. Da ist natürlich alles verkleidet. Da kann man auch zu ein paar Besonderheiten am Dacia Sandero Stepway kommen. Der liegt ein bisschen höher als ein normaler Sandero. So ein paar Zentimeter macht aber schon ein bisschen was aus. Ich habe hier unten einen Unterbodenschutz, damit die wichtigste. Wobei, da darfst du jetzt nicht ins harte Gelände damit gehen. Das würde das nicht überleben. Dadurch können wir natürlich nicht direkt drunter gucken. Deswegen muss ich eine Sache, die man jetzt nicht sehen kann, einfach schon mal erwähnen. Er hat inzwischen eine elektrische Servolenkung bekommen. Das ist gut. Die ist noch mal effizienter. Die ist noch mal feinfühliger zu regeln. Vor allem ist es aber auch eine Frage der Effizienz. Okay, dann gucken wir uns mal das Fahrwerk selbst an. Das ist jetzt nichts Besonderes. Was mir schon mal auffällt, ist eine Menge Flugrost. Beim Hyundai E20N Video habt ihr das ja zum Teil bemängelt, dass sich da ein bisschen Rost gezeigt hat. Das ist, wenn es um Flugrost geht, zum gewissen Grad normal. Schön ist es trotzdem nicht. Und hier beim Dacia ist es schon relativ viel. Hier Radsträger. Da hinten sieht man auch noch da noch ein bisschen Flugrost. Man sieht ja auch in der Antriebsachse noch Flugrost. Das ist nicht schlimm. Also Flugrost ist überhaupt noch nicht schlimm. Sieht bloß ein bisschen unschön aus, weil es ist ja auch noch ein relativ neues Auto. Und es ist schon eine Menge hier, wie man das sieht. Das ist einfach eine optische Sache. Sagen wir es mal so. Haben wir auch bei anderen Autos schon erlebt, aber hier ist es schon relativ viel. Ansonsten ist das hier eine McPherson Achse, was man hier auch wieder sehr schön sieht. Ganz klassisch. Ich habe es bei anderen Autos auch schon erwähnt. Für ein Vorderrad getriebenes Auto, weil ich brauche Platz für die Antriebsachse. Und die McPherson Achse, die macht halt Platz. Man sieht das hier. Da ist hier die obere Radaufhängung und Feder und Dämpfer sind eine Einheit. Da ist hier nicht nochmal so ein Querlenker, der hier im Weg steht. Und das macht es natürlich einfacher. Kann ich hier die Antriebsachse entsprechend unterbringen. Vorne habe ich Scheibenbremsen. Die sind jetzt nicht wahnsinnig groß, aber das sind ja die entscheidenden Bremsen bei so einem Auto. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie der Bremsen wird. Jetzt hier auf dem Winterreifen wahrscheinlich nicht so gut, aber wir haben ihn ja irgendwann auch mal bei den Testern. Okay, gibt es da noch irgendwas Besonderes darüber zu sagen? Das sieht halt aus wie, ja, das ist jetzt überhaupt kein Rocket Science, was man hier sieht. Mir fällt auf, positiv, dass man hier relativ viel Schlonz drauf geschmiert hat. Hier, könnt ihr mal gucken. So ein bisschen, um den Rost zu verhindern, wenn auch nicht an jeder Stelle. Aber es ist ein bisschen was gemacht worden. Es ist ein bisschen viel gemacht worden, wenn man so drauf fasst. Ja, gut. Also das war es zu hier vorne. Sieht ordentlich aus. Die Dinger machen auch einen stabilen Eindruck. Und jetzt gehe ich mal an die Hinterachse. Bevor ich jetzt hier in die Technik einsteige, noch eine ganz, ganz wichtige Information zum Sandero grundsätzlich. Früher war es ja oftmals so, dass Dacia die abgelegten Plattformen bekommen hat. Ja, Renault, Nissan haben sie nicht mehr genutzt und jetzt komm, mach du Dacia. Die Leute, die das fahren, die merken das ja nicht. Inzwischen ist es so, dass man auf einer aktuellen Plattform sitzt. Hier das ist die CMF, Common Module Family. Das ist also ein schönes Familienmitglied, vor allem das Renault Clio. Das ist die Renault Clio-Plattform und die gibt es dann auch bei Nissan Juke und anderen. Auch da wieder wichtig auf ganz, ganz viele Modelle verteilt, damit man viel Stückzahlen macht und es günstig ist. Und der Sandero hat das hier auch bekommen. Und ich kann noch über eins reden. Ich habe natürlich bei Renault angerufen und habe gesagt, so Jungs, pass mal auf, wenn ich bei diesem Auto in die Unterwäsche reingucke, werde ich da, ihr könnt es mir jetzt schon sagen, Punkte sehen, wo er sich deutlich unterscheidet in der Konstruktion, auch günstiger ist als die anderen. Und dann haben die so mit der Schulter gezuckt und gesagt, nö, wahrscheinlich nicht. So, da gucken wir jetzt mal nach. Diese CMF in diesem Fall zeichnet sich vor allem mal durch eine sogenannte Koppel-Lenker-Achse aus. Das hier ist die Koppel-Lenker-Achse. So nennt das Renault. Ich nenne das ganze Verbund-Lenker-Achse, ist im Prinzip egal. Das sind gekoppelte oder verbundene Lenker. Das ist eine Halbstarr-Achse. Und der entscheidende Unterschied zu einer Starr-Achse ist, dass ich eben hier nicht eine direkte gerade Verbindung habe zwischen den beiden Rädern, sondern das Ganze ist hier so u-förmig nach vorne gezogen. Jetzt habe ich Folgendes dadurch. Ich habe zum einen eine Stabilisierung hier in der Richtung, in Längsrichtung, wo ich bei einer Starr-Achse normalerweise nochmal nachhelfen muss, ein paar Nadscharp oder andere Maßnahmen, damit hier die Räder nicht anfangen zu schwanken. Und sie ermöglicht eine definierte Torsion zwischen dem einen und dem anderen Rad. Ja, das ist Starr miteinander verbunden. Aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich bei den Kräften, die beim Auto auftreten, hier eine Torsion erreichen zwischen dem und dem Teil. Einfach dadurch, dass die Lenker hier nach vorne gezogen sind und dass diese Konstruktion hier hat. Okay, das zur Verbund-Lenker-Achse. Ansonsten gibt es da nicht viel darüber zu erzählen. Das ist eine einfache, leichte, sehr günstige Achskonstruktion. Sehr weit verbreitet und funktioniert richtig gut. Ansonsten hat man hier hinten getrennte Federdämpfer-Einheit und, was natürlich auch auffällt, das sind, aber auf der anderen Seite ist es besser, hier sieht man es besser, Trommelbremsen. Das muss aber auch noch kein Beinbruch sein. Ich erinnere nur daran, VW ID.3 hat hinten Trommelbremsen. Die hintere Bremse ist aufgrund der Lastverteilung, wenn ich Bremse geht das Auto ja nach vorne, die am wenigsten belastete Bremse. Deswegen kann man da ein bisschen was sparen und so eine Trommelbremse ist günstiger als wenn ich eine Scheibenbremse hinten drauf mache. Wir haben im Bremstas festgestellt, das muss nicht schlechter sein. Es kann unter Umständen sein, dass bei voller Beladung, Bergabfahrt, dass die eher sehr warm wird und damit zum Fading, also zum verlängerten Bremsweg neigt, als eine Scheibenbremse. Das ist aber jetzt reine Spekulation. Das muss noch nicht schlimm sein. Es ist eine günstige Konstruktion, gibt es aber auch bei anderen Autos. So, gibt es hier hinten noch was zu erwähnen, was irgendwie fancy wäre, dass hier wieder relativ viel schlanz ist. Nö! Wir können das Auto... Ha! Doch, eine Sache gibt es noch, die ist ganz lustig. Habt ihr schon mal geguckt, wo ist denn hier der Auspuff? Na, wo ist er? Wo ist der Auspuff? Kein Auspuff. Cool. Das ist ein Elektroauto. Ein Elektroauto mit Verbrennersound. Doch, der Auspuff ist hier. Oder? Das ist lustig. Also interessant, wie der Auspuff versteckt wird. Bei anderen Autos wird er mächtig gezeigt. Und hier steckt er so in der Mitte des Fahrzeugs, so neben raus, so ganz verschämt, macht er dann ein bisschen Abgas. Da hinten sieht man nichts. So, jetzt ist aber gut. Jetzt wird gefahren. Dann werde ich den Dacia Sandero mal starten. Meine ersten Meter mit dem Auto. So. Dreizylinder. Läuft aber ruhig. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, Lenkung ist sehr leichtgängig. Kann man auch gleich mal drüber reden. Ist ja inzwischen eine elektrische Servolenkung drin. Was nicht unbedingt heißt, dass sie leichtgängig sein muss. Das ist ja eine Frage der Lenkunterstützung. Das kann auch bei einer hydraulischen Lenkunterstützung oder bei einer elektrohydraulischen Lenkunterstützung sehr stark sein. Aber hier hat man es relativ leichtgängig gemacht. Das merkt man auch hier. Ich denke aber nicht, dass es da einen Stadt- und Überlandmodus gibt. Aber das ist schon sehr leichtgängig. Im positiven Sinne. Erstmal, wenn man sich in so einer Stadt bewegt, so ein bisschen rumwuselt. Da hat man nicht viel Lenkkraft, die man hier aufbringen muss. Sogenanntes Handmoment nennt man das ja. Auf der Autobahn. Da fangen wir auch mal hin. Bin ich gespannt, ob das noch passt. Da wäre es mir doch recht, wenn das Ganze etwas firmer wird. Ja. Fährt. Gut. Und ich fühle mich, und das ist schon mal ganz wichtig, von den ersten Metern an ordentlich motorisiert. Ich erwarte natürlich jetzt nicht, dass er mir den Kopf abreißt, sondern ich will einfach ordentlich motorisiert sein. Man wird einfach das Gefühl haben, dass man mit dem Auto schön von A nach B kommt, dass wenn man mal beschleunigt, man nicht immer sich um Kopf und Kragen fährt, weil man dann doch nicht vorbeikommt. Oder wenn das Auto vollgeladen ist, dass er dann nicht mehr genug Kraft hat. Aber so der erste Eindruck ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. Wenn man den Motor so ein bisschen fordert, wird er halt schon laut. Also das merkt man dann schon. Ja, man muss halt Abstriche machen. Definitiv. Also das ist ein kleiner Motor, wenn ich ein bisschen fordere, dann macht er sein Geräusch. Das Auto ist nicht wahnsinnig mächtig gedämmt. Das würde ja auch Geld kosten und würde ihn dann auch schwerer machen. Interessante Schaltung ist das. Man hört es auch so ein bisschen. Sie knubbelt so ein bisschen. Also wenn man jetzt hier durchschaltet, macht es so. Das flutscht nicht einfach so. Wir wollen jetzt von Mazda Co. Schaltung gar nicht reden, sondern das ist nicht die Speerspitze der flüssig schaltenden Getriebe. So, wo wir jetzt hier so über die Querfugen drüber fahren. Die gute Nachricht ist, er federt. Die schlechte Nachricht ist, er lässt sich ein bisschen Zeit damit. Das heißt, die Fugel kommt, man sieht sie auch und dann kriegt er auch mit, ja, die ist jetzt schon da und dann erst spricht er an. Also das Ansprechverhalten ist ausbaufähig, was nicht heißt, dass das Auto unkomfortabel ist, aber ich fahre halt drüber und das war jetzt auch keine wirklich harte Verwerfung und trotzdem kriege ich das mit. Das hat natürlich was mit den Komponenten zu tun. Wenn ich ein sehr feinfühliges Feder-Dämpfer-System aufbauen will, dann muss ich Komponenten nehmen mit einer sehr geringen Reibung, sehr hochwertige Komponenten und ich erwarte jetzt nicht beim Dacia in der Preisklasse, dass er das kann. Das ist zu spüren. Ich will es einfach erwähnen. Ich würde es jetzt noch nicht als Beinbruch bezeichnen. Wir können jetzt noch mal einen Gullideckel da drüber fahren. Bei vielen Autos würdest du den jetzt gar nicht spüren. Die würden den einfach einebnen und hier spürst du halt schon ein bisschen mehr. Du kriegst halt ein bisschen, was über die Fahrbahn erzählt. Weißt du wenigstens, was los ist. Weißt du wenigstens, wo die Kommune gespart hat oder wo sie einfach nur geflickt haben oder doch eine komplett neue Straße gemacht haben. Man muss natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. Man muss sein Level anpassen. Wenn ich jetzt in dem Dacia hier drin sitze und ich motze mal über Dinge oder ich sage mal, das ist noch nicht optimal, dann muss man natürlich so die restlichen Klassenvertreter so ein bisschen außen vor lassen. Also ich darf da nicht drüber nachdenken, wie jetzt ein, was weiß ich, Ford Focus fährt oder wie jetzt ein Golf fährt oder ähnliche, die auch ähnliche Außendimensionen haben. Die kosten auch schließlich was dreifacher. Und dafür sollten sie auch mindestens doppelt so gut sein. Die Frage ist immer, reicht das, was ich hier erlebe beim Fahren? Und wenn ich jetzt einfach so über die Straße hier gleite, dann kann ich ganz klar sagen, das ist ein Auto, was einem schon das Gefühl gibt, dass es reicht. Dass man damit für die nicht so hohen Autobedürfnisse auch wunderbar ans Ziel kommt. Und wenn er das sicher tut, das ist immer eine Frage. Die müssen wir natürlich im Test noch herausfinden, wie er sich verhält bei der Sicherheit. Dann ist das völlig okay. Wir müssen über die Ausstattung reden. Und das Gute ist ja, dass man inzwischen bei Dacia großartig über die Ausstattung reden muss. Ich bin 2005 in Kapadokien, damals den ersten Dacia Logen, in der Türkei gefahren. Und da muss ich nicht großartig über die Ausstattung reden. Zwei, drei Sätze, hat Räder, Motor, Pferd, war's. Inzwischen ist da doch einiges reingekommen. Und gerade beim neuen Sandero sind auch ein paar Sachen reingekommen, die wichtig sind. Und die einen auch so ein bisschen in eine höhere Klasse schnuppern lassen. Okay, wo fange ich an? Ganz plakativ hier beim Multimedia Screen, weil der klotzt einen ja sofort an. Und das ist auch ein Riesenunterschied zum alten Sandero. Dieser 8 Zoll Bildschirm hier, den gibt es natürlich nicht serienmäßig. Das ist klar. Ich muss sehr genau aufpassen, welche Ausstattungsvariante ich wähle. Es gibt Access, da kann ich den hier nicht anwählen. Da kriege ich eine Vorrüstung für ein Radio und hinten so eine Handyhalterung. Die ist hier hinten integriert, ist aber ganz clever gemacht. Manchen Leuten reicht das. Die fahren sowieso nur mit Apple CarPlay, also was soll das? Oder Google. Aber wenn ich sowas haben will, muss ich wieder eine höhere Ausstattungsvariante nehmen. Ich glaube, Essential. Guckt es in der Preisliste nach. Wenn ich mich vertan habe, dann ist es halt so. Und dann kostet diese Einheit hier nur 250 Euro Aufpreis. Das finde ich fair, wenn man weiß heutzutage, was kleine Tablets kosten. Die sind nicht teuer und deswegen ist das auch nicht so teuer, was Dacia hier reinbaut. Und dann kriege ich auch noch so eine Handyhalterung dazu. Und das Schöne ist, ich muss jetzt nicht das USB-Kabel hier komplett nach unten führen, sondern Dacia hat direkt dahinter im Armaturenbrett nochmal eine USB-Buchse integriert. Dadurch kann ich das Kabel halt ein bisschen feiner hier rüberführen, wobei zusammenknuddeln muss ich trotzdem. Man sieht aber, sie machen sich schon Gedanken, was da reinkommt und was da nicht reinkommt. Was ganz lustig ist, wenn du so die Dacia Pressemappe liest, was da erwähnt wird oder nicht. Und bei anderen Herstellern wird sie gar nicht drüber reden, zum Beispiel über die Lenkradverstellung. In der Höhe und in der Tiefe. Ich sage das bloß, weil es in der Pressemappe drin steht. Ja, da will ich es auch der Vollständigkeit halber erwähnen. Was da nicht drin steht, ist, dass hier das Menü, da sind wir schon drin, für Fahrassistenz nur eine einzige Zeile hat. Aktives Bremsen, kann die ein- oder ausschalten. Wer weiß, was bei anderen Autos zum Teil an Litaneien angewählt oder ausgewählt werden müssen. Hier, eine, aktives Bremsen ausschalten oder einschalten, am besten einschalten und das war's. Wo ich schon bei den Assistenzsystemen bin, Notbremsassistent ist inzwischen drin, radarbasiert sogar. Und der funktioniert zwischen 7 und 170 kmh. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache, Notbremsassistent, der reduziert auch wirklich massiv Unfälle. Eine Sache erwähne ich noch, dann gehen wir mal nach vorne ans Auto. Da gibt es nämlich noch ein spezielles Ausstattungsdetail, das man von außen sieht. Bevor ich mich jetzt ehrfürchtig vor die Lichter kniehe, mache ich sie einfach mal an. Zack. Und fällt euch was auf. Ist immer ein bisschen schwer mit der Kamera zu übertragen. Aber grundsätzlich zwei deutlich unterschiedliche Lichtfarbtöne. Hier innen drin sehr gelb und hier eher ein weißes Licht. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Dacia spricht in der Pressemappe ein bisschen missverständlich von einem Voll-LED-Licht. Jetzt beim neuen Sandero. Das klingt ein bisschen so, als wird er jetzt vollständig mit LED-Licht ausgestattet. Ist er aber nicht. Sondern das Tagfahrlicht ist LED. Das Abblendlicht ist mit LEDs ausgeführt. Das Aufblendlicht ist aber noch klassisch Halogen. Weil Dacia sagt, ja, da sind wir halt auch wieder pragmatisch. Abblendlicht wird sehr oft genutzt. Das Aufblendlicht weniger. Und deswegen machen wir das in einer einfachen, günstigeren Ausführung. Und das führt dazu, dass das Aufblendlicht eher einen gelblichen Farbton hat und das Abblendlicht eher einen weißen Farbton. Noch eine Runde Raumangebot. Da soll sich nämlich ein bisschen was getan haben. Der Sitz vorne ist auf mich eingestellt. Ich habe vorne gut gesessen. Und jetzt hinten rein. Denn hier sollen 4,2 Zentimeter mehr Kniefreiheit sein. Und das ist auch gut so, weil das sind genau die 4,2 Zentimeter, die ich gebraucht habe, damit ich hier nicht im Sitz drin bin. Wobei, das ist weich ausgepolstert, dann geht das. Jetzt mache ich noch einen Kopfgerade. Das passt wunderbar. Ich habe kaum Beinauflage hier hinten. Finde ich aber nicht schlimm. Ich sitze definitiv besser als im alten Sandero. Das ist also schon mal ein Fortschritt. So, und jetzt zum Kofferraum. Da gibt es leider ein bisschen was zu meckern. Nicht unbedingt an den Abmessungen. Der hat 328 Liter Basisvolumen. Wenn ich alles umklappe, sind es über 1.100 Liter. Das ist okay für die Klasse. Da gibt es wenig zu meckern. Aber an so ein paar Ausführungen. Zum einen die Ladekante ist relativ hoch, wenn ich hier etwas drüberwuchten will. Dann habe ich hier keinen doppelten Boden, sondern dann fällt der Wasserkasten wieder nach unten. Also wer ein bisschen einen empfindlichen Rücken hat, der wird sich dann nicht so freuen. Das ist jetzt nicht sonderlich ausgekleidet. Ich habe hier auch noch was zum Aufhängen von Einkaufstaschen. Aber was halt auffällt, und das kann ich euch sagen, aus leidvoller Möbelhauserfahrung. Ich klappe das mal nach vorne. Das ist diese Kante hier. Dieses Metallteil zwischen der ein Drittel, zwei Drittel geteilten Rückbank. Wenn du da, ich will jetzt dieses schwedische Möbelhaus nicht nennen, wenn du da deine Verpackung reinschiebst. Und dann knallst du dagegen und dann hast du die erste Macke im Möbel drin. Da musst du sehr aufpassen. Das ist nicht optimal gemacht. Es gibt noch eine Sache, über die müssen wir leider reden bei Dacia. Und das ist der Mängelreport. Wenn die Autos zur Hauptuntersuchung müssen, dann wird ja festgestellt, wie viele Mängel die haben oder nicht. Und da sieht Dacia leider seit vielen Jahren traditionell nicht so gut aus. Es geht ganz explizit nicht um die Pannenstatistik. Die halte ich für einen ziemlichen Unfug. Denn da gibt es viele Premiumhersteller, die haben ja einen eigenen Pannendienst. Die tauchen da gar nicht auf, obwohl die vielleicht öfter mal ausfallen. Aber bei der Hauptuntersuchung, da müssen ja alle Autos hin. Und ich habe mir das extra aufgeschrieben. Da hat schon einer draußen gehubt, hat er Angst vor der Hauptuntersuchung. So schlimm ist sie gar nicht. Wenn das Auto gut gewartet ist, passiert da nichts. Und da sehen die Zahlen ehrlich gesagt nicht so gut aus. Früher hatte die rote Laterne beim TÜV Mängelreport der Dacia Logan. Dann war es der Dacia Duster. Und auch der Sandero sieht nicht gut aus. Und gerade wenn man sich die letzten Plätze anguckt. Ich kann einfach mal die letzten Plätze vorlesen. Dacia Duster, Dacia Logi, Fiat Punto, Ford Galaxy, Dacia Logan, Dacia Docker, Renault Kangoo, Ford S-Max, Ford Mondeo und Citroën C4 Cactus. Und zwar, das waren jetzt die Autos bis drei Jahre. Und die zeigen schon im zweistelligen Prozentbereich ordentliche Mängel. Da muss Dacia definitiv nochmal ran. Und ich will es einfach nur erwähnen, weil das ist keine Stärke. Das muss besser werden. Und auch bei den Autos bis fünf Jahre ist Dacia ziemlich häufig vertreten. Ja, das war die Blog erklärt Folge zu Deutschlands günstigsten Neuwagen. Dacia Sandero. Wobei wir haben uns ja so ein bisschen die Luxusversion rausgehauen, den Stepway. Kostet noch ein paar Euro mehr. Aber ich wäre ein schlechter Autotester. Wenn ich jetzt hier stehen würde, würde ich sagen, ein perfektes Auto. Ich habe nichts zu verbessern. Nö, da gibt es noch Potenzial. Definitiv. Zum Beispiel im Komfortbereich kann man da definitiv noch was machen. Aber ich wäre auch ein schlechter Autotester, wenn ich nicht sagen würde, verdammt viel Auto fürs Geld. Und ich kann viele Leute verstehen, die sich sagen, Mensch, da kriege ich für einen sehr überschaubaren Kurs ein vollwertiges Auto neu mit drei Jahren Garantie. Das ist genau das, was ich brauche. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann dürfen viele Autohersteller sich an diesem Pragmatismus auch ruhig ein Beispiel nehmen. Ja, das war die Folge. Und wenn sie euch gefallen hat, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Wenn ihr uns nicht schon abonniert habt, dann dürft ihr das jetzt tun. Dann freue ich mich.